Ja hallo, ich bin KipSupernova, willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte ein paar Sachen sagen, kurz und knackig, weil es hieß zum Beispiel, ja, deine Videos haben so wenig Klicks und warum machst du das alles? Ich will ganz kurz sagen, warum mache ich das alles? Also normalerweise muss man sich nicht rechtfertigen, aber in dem Fall möchte ich schon ein paar Worte sagen, das wäre mir schon wichtig. Und zwar mache ich das, weil ich gerne Spiele spiele. Ich mache gerne Computerspiele, Videospiele, wie man sie früher nannte. Ich habe Videospiele gespielt lange, bevor es Internet gab oder das überhaupt ein Begriff war mit YouTube und so weiter. Und eines meiner ersten Spiele, die ich gespielt habe, war Overlord. Also Storygames, die ich gespielt habe, war Overlord. Und ich erinnere mich an epische Schlachten, an wunderschöne Spielmomente mit Einspielerfilmen und so weiter. Das kennt ihr ja alles. Aber ich fand es immer schade, dass das dann alles weg war, wenn das Spiel vorbei war und geschafft war. Und ich stieß dann irgendwann über das Programm Fraps, wo es hieß, damit kann man Spiele aufzeichnen, aber mit einer extrem, fast schon abnormalen Dateigrößen. Ich glaube mit einem Gigabyte pro Minute oder so, also abartig. Aber ich hatte zumindest die Möglichkeit, mir so in Anführungszeichen Erinnerungen dann zu bewahren an ein Spiel. Und heute ist es kein Problem mehr, Spiele aufzuzeichnen oder Fotos zum Beispiel über die Nintendo Switch zu machen. Und der Kanal, den ihr hier seht, das ist so etwas wie ein Fotoalbum, wie ein Erinnerungsalbum, wo ich hier angelegt habe. Aber natürlich will jeder, wo YouTube macht, gerne Erfolg haben. Das will, glaube ich, jeder. Jeder, wo anfängt, schon die Kreuze auf dem Lottozettel, auf dem Lottoschein zu machen, möchte natürlich einen Jackpot abräumen. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich würde damit auch jetzt nicht gern Geld verdienen oder erfolgreich sein. Jeder will mit dem erfolgreich sein und Geld verdienen, was er gern macht und was er liebt. Und das, was ich hier mache, ist Liebe, also Splatoon ist wirklich Liebe. Ja, auch Spore oder auch andere Games, die ich gerne machen würde, wie zum Beispiel auch Ori und so. Oder die Nightstreams. Aber ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich jetzt irgendwie wenig Klicks habe oder nicht einen mega Erfolg habe. Wenn der Erfolg kommt, dann kommt er. Aber wenn er nicht kommt, ist es auch nicht schlimm, aber es ist nicht meine Intention. Sondern dieser Kanal ist so etwas wie, ja, wie ich schon am Anfang sagte, so etwas wie ein Erinnerungsspeicher, dass ich schöne Erinnerungen, die für mich also schöne Erinnerungen sind oder waren in diesen Games, dass ich die halt immer wieder abrufen kann. Und mit anderen teilen kann, weil ich aber auch schon immer gerne das, was ich gemacht habe, mit anderen geteilt und gezeigt. Und deshalb empfehle ich euch auch, also wenn ihr so, wenn ihr etwas gern macht und ihr sagt, hey, ich will das aber gern teilen, dann macht es. Das ist gar kein Problem. Aber nicht mit der Intention oder mit dem Anfangshintergedanken, hey, ich will damit viel Geld verdienen. Und Hauptsache es macht Spaß und es soll Spaß machen und keine Arbeit oder kein Job sein. So, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt neugierig, bleibt gesund. Und, ja, wünsche ich euch trotzdem viel Spaß bei den Sachen, wo ich hier auf meinem Kanal mache. Und, ja, wir sehen uns. Tschüss.